Wir haben gerade ein Wachen ausgeschalten. Wir haben ein Gewerbekamm. Oh yeah. Okay, gut. 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 Ich bin so gut, Mann. Was haben wir jetzt machen? Wir haben auf jeden Fall eine Waffe. Die entdeckt uns einfach nicht. Okay, wir versuchen was. Wenn die uns entdeckt, sind wir sowas von geliefert. Was geht das mit Zeit? Scheiße, Mann. Ich hab Angst. Das ist scheiße, Mann. Ich hab Angst. 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 Auf jeden Fall. Oh, spots ASMRáis. Ich hoffe, da muss ich jetzt den Stationsüberlebenden ... Das wird ja wohl nicht sein. Aber jetzt ist es ein Einzebsmorphes. Was soll denn der sein? Ich weiß einfach jeden. Hallo. Und wie kriege ich dich jetzt vom Dach? Wer will, dass ich verlegt werde? Wer seid ihr? Wo ist mein Athlet? Wir leben in der Autos im Stadion. Oh Mann! Halt die Papiere! Wo ist mein Athlet? Nein! Nichts! Was habt ihr vor? Ich geh nicht mit seinem Augenblick! Physiologische Betreuung steht aus. Okay, jetzt hat es das Problem. Wir Wachen haben den Kerl geholt. Die sind im Keller. Wo muss ich hin? Aufzug, komm doch! Komm doch, Aufzug, Mann! Bleibt der Aufzug. Machen wir aber hier schnell durch. Ja! Ja! Und wir haben sogar eine Waffe. Anscheinend wird eine echt kumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sie sich anbringt aus und zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen. Und die Etage ist leer. Ja! Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst. Pass auf! Was wollt ihr zwei kleinen Fische in deinem Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil! nie! Nein! Ich hab's gelesen! Wir haben jetzt auf der Bahn. Was können wir machen? Los, geh endlich auf, Mann! So! Komm, komm, komm! Komm, kannst du dich hinfahren? Hab ich da drüben gesehen. Bis! Ich muss sie auch umbringen. Ich hab mehr Leif für die, aber ich muss sie auch umbringen. Die sich das aber nicht schaffen. Die Waffe ist ja mal geil. Also ich glaub, hier im Spiel ist es meine Lieblingswaffe, weil ich sofort Treffer-Punkt hole. Ich kann euch hören, gell. Nur noch einer. Alter, bin ich gut. What the fuck? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Soll ich den denn töten? Hä? What the fuck? Ey, bitte lass... Ich hoffe, ich muss jetzt nicht nochmal alle töten. Ich will ja keinen mehr töten. Alter, was war das denn? Jetzt mal ohne Scheiß. Was war das? Und die Ladezeit. Und die Ladezeit. Und Ladezeit. Und Ladezeit. Ey, nö. Oder ist nicht euer Ernst? Ich muss tatsächlich jeden wieder tippen. Warte, warum muss ich erstmal das da? Kann ich da auch rein? Nein. Ich geh da erstmal rein, weil da dick ne Waffe. Oh, yeah. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Ich weiß nicht, wie ich den einen aushalten soll. Oh, ich bin so dumm, ey. Oh, stimmt, ich bin so dumm, ey. Hä, nein. Wo muss ich das hin? So, stimmt, ja. Ich mach grad eben so ne Mission und jetzt weiß ich nicht mehr, wie es geht. Ja, ich bin so dumm, ey. Ich hab dir gesagt, ich bin in Erinnerung. Wie leicht es mit dieser Waffe geht. Also eigentlich mag ich ja Shotguns nicht, aber in diesem Spiel ist die Shotgun eigentlich ganz geil. Ich glaub, es wird wirklich mal eine längere Part. sophisticated, hat sich so gelegen. Es tut mir leid. Ja? Okay. Ja? das Spiel ist irgendwie wie AIM Pierce also keine Ahnung so geile Story, geile Gegend aber halt ohne diese ganzen Taschenlamm und so noch einer du bist alleine was der ist alleine auf mich gerade geschossen ehrlich hab ich jetzt nie gedacht wie soll ich die nun besiegen, jetzt mal um Scheiß so ein bisschen vor den Achaun so 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 so